Sie denken schon wieder viel zu sozialdemokratisch, das macht mir ein bisschen Sorge. Hat sie Köln schon so verweichlicht? Natürlich, ich bin jetzt, äh, wups. Oh ja. Es piept was, es piept was. Ihr Genosse Oberst. Da kam die Order von Karl Lauterbach, dass ich jetzt nicht weiterreden soll. Hallo und herzlich willkommen zu Die Letzten Detektive. Hier findet ihr einmal im Monat eine Folgenbesprechung der Kult-Sci-Fi-Hörspielserie Der Letzte Detektiv. Eure Ermittler sind dabei, Rudolf Inderst und Thorsten Kartke. Wir bedanken uns an dieser Stelle natürlich auch wieder bei unseren Freunden vom Akte X-Cast, die uns letzte Woche, wenn ihr das hört, vielleicht auch vor zwei Wochen, lobend erwähnten. Herzliche Grüße an euch da draußen. Thorsten, bevor wir in die Besprechung der vierten Folge Schlachthaus einsteigen, gibt es allerdings noch einen speziellen Hinweis, den unsere Stammhörer vielleicht schon kennen, aber wir gehen auf Nummer sicher. Ja, alles Gute hat ein Ende. So auch dieser Podcast, der jetzt einge... Nein, natürlich nicht. Alles Gute hat ein Ende. So auch die Veröffentlichung von Jonas' CDs im Hörverlag. Der brachte nämlich nur die erste Staffel unseres dystopischen Ermittlers der Herzen heraus. Die vier Folgen umfasst und 1984 ausgestrahlt wurde. Ein Ende, aber vielleicht auch eine Chance. Denn macht Krach. Seid laut. Schreibt dem Hörverlag. Schreibt vielleicht auch einfach mal den Bayerischen Rundfunk und sagt, hey, ihr habt doch da was. Kann man da nicht was machen? Denn wenn wir uns alle bemühen, vielleicht kommen dann ja noch weitere Folgen auch offiziell heraus. Und Rudi und ich müssen nicht unsere abgenudelten, durchgetauschten Kassetten von 1993 bemühen. Also das wäre nun wirklich die wahre Dystopie. Ja, das Ende, das ist wirklich die absolute Horror-Vakui. Kein Sam, kein Jonas mehr. Vor allem keine letzten Ermittler mehr, die die wunderbaren CDs in der Hand halten dürfen. Denn das physische, das haptische, das gehört auch immer zu unserer Show hier. Sagt auch Thorsten K., der eine andere Tasse der LMU hier natürlich auch regelgerecht gekauft. Und bezahlt? Geschenkt, geschenkt, geschenkt bekommen. Du hast von Kolleginnen... Also sind es so Bissspuren? Hast du da vor Zorn in die Tasse oben gebissen? Das ist, nein, das ist mein, das ist der Geschirrspüler. Achso. Die Tasse, ich habe zu spät gemerkt, dass die Tasse den Geschirrspüler nicht verträgt. Und das knallharte Wasser. Da war es schon passiert. Nicht entkalkte Wasser in Köln. Ja, das ist das deutsche Wasser, was einst Harald Schmidt schon mit Oden bedacht hat. In den 90ern. FreundInnen von Organhandel aufgepasst. Denn diese Folge ist wie für euch herausgeschnitten. Geschaffen meine ich natürlich. Aus der Rippe geschnitten sozusagen. Ja. Also FreundInnen von Organhandel. Ich hoffe, da sind nicht besonders viele in unserem Publikum. Aber nun gut. Was ficht heute unseren Jonas an? Auf Jonas, den letzten Detektiv der Zukunftsmetropole Babylon im Herzen Europas. Und seinen treuen Freund und Supercomputer Sam kommt ein Herr Pankreas alias Josef zu. Josef heißt aber weder Josef noch Pankreas, sondern Julian. Aber das ist nicht entscheidend. Viel wichtiger ist, Julian braucht ein Organ dringend. Eine Bauchspeicheldrüse. Der Mann ist augenscheinlich bereit, einen sehr hohen Preis zu zahlen. Für unseren Film-Noir-liebenden Ermittler bleibt die Frage, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Die 50-minütige Folge wurde am 22. November 1984, übrigens heute haben wir den 11.11., das ist sehr passend, im Bayerischen Rundfunk ausgestrahlt. Am 27. März 2003 wiederholt. Die Folge selbst spielt am 20. September 2009. Ja, und bevor wir jetzt wirklich einsteigen und das letzte Cover uns genauer anschauen, noch eine kurze persönliche Anekdote. Das ist nämlich die erste Jonas-Folge, an die ich mich erinnern kann. Ich war viel zu jung dafür, was allerdings auch bedeutet, die Wiederholungen, die uns der BR so schön auf seiner Seite auflistet, sind nicht komplett. Denn 1984 hätte ich mich sicher nicht daran erinnert und 2003 war es schon zu spät dafür. Irgendwo dazwischen muss diese Folge also noch wiederholt worden sein. Schlachthaus ist auch die letzte Folge mit Joachim Wichmann als Sam und die letzte Folge der ersten Staffel von Der letzte Detektiv. Staffeln waren im BR immer vier Folgen lang und wurden an vier aufeinanderfolgenden Donnerstagen ausgestrahlt. Insofern ist das jetzt auch für uns ein kleiner Meilenstein. Wir haben nach dieser Folge die erste Staffel dieses Podcasts abgeschlossen und wir haben einiges gelernt und werden das, was wir gelernt haben, dazu verwenden, in den nächsten Staffeln noch besser zu werden für euch. Und wie das aussieht, bleibt dran. Als Sneak Preview können wir sagen, dass die nächsten Staffeln auf jeden Fall auf Portugiesisch ausgestrahlt werden. Das hatten wir ja so beschlossen, glaube ich. Ja, aber da müssen wir noch ein Synchronstudio anheuern. Da muss das Project Management nochmal ran. Alles kein Problem. Kommen wir, wie üblich, aber eben wie angedeutet zum letzten Mal, nun zum CD-Cover der Folge Schlachthaus. Noch, wie Sie sehen können, Werte zu sehr, zu sehr, wir haben hier es mit einer wirklich Mint-Condition zu tun, die wir jetzt aber entmintisieren werden. Wir haben gelernt, wie YouTube funktioniert und dadurch, dass wir auch eben auf YouTube präsent sind, machen wir jetzt das wahrscheinlich einzige Jonas-thematische Unboxing-Video. Mal schauen, was da drin steckt. Ja, ohne Seil und doppelten Boden, das kann jetzt, es ist kein Druck, aber wenn es schief ist, dann kann ich es machen. Natürlich aus, ja, dann kann natürlich auch sein, dass ich, dass ich da die CD kaputt gemacht habe und dass es keinen Ersatz jemals dafür gibt. Podcast verblutet vor laufender Kamera. Podcast verblutet vor laufender Podcast Kamera. Das knistert auch so schön, das ist, da kann man jetzt hier so ein bisschen, äh, ASMR. Du musst dich beruhigen, du hast einen langen Tag hinter dir. Ich schaue mal rein, ich habe ja noch nie, ich habe ja noch nie reingeschaut, ich weiß ja nicht, wie es aussieht und schaue, was da, was da, was da rauskommt und dann können wir es mal begutachten. Absolut. Wir lesen jetzt erstmal von Michael Koser, der natürlich auch für diese Einlage einen kleinen Satz geschrieben hat, was er damit wollte. Das Zitat, das hinten draufsteht. Ein SF-Autor, vor allem, wenn seine Zeit die nahe Zukunft ist, hat in seiner vorausahnenden Imagination mehr Fehlschüsse als Treffer aufzuweisen. Die Union der Volksrepubliken im Jahr 2009 zum Beispiel oder die Benzinautos, die es nur noch im wilden Amerika geben soll. Was mir beim Wiederhören von Schlachthaus aber am meisten auffällt, ist das Handy, das es nicht gibt. Wenn Jonas telefonieren will, muss er sich eine Zelle suchen. Die Allgegenwart mobiler Kommunikation habe ich nicht vorhergesehen. Aber wer hat das schon damals, vor 23 Jahren? Wir kriegen sowohl die Auflistung von Werden da alles mitgemacht hat, als auch eine kleine Biografie von Peter Fricke, der den Julian van Brendel spielt, den Menschen, der die Bauchspeicheldrüse haben möchte. Der zum Beispiel in vielen Kino- und Fernsehproduktionen dabei war. Tatort Derrick, Pfarrer Braun und Rossini für Münchenliebhaber. Ah. Ja, und auch Audiobücher gelesen hatte, so zum Beispiel in 80 Tagen um die Welt von Jules Verne. Und wenn ihr auch mal eine solche Idee in die Kamera halten wollt, dann müsst ihr natürlich, wie wir es schon angedeutet haben, dafür sorgen, dass wir auch weitere Staffeln des letzten Detektions irgendwoher als ordentliche CD-Pressung oder als Vinyl, Shellac, alles ist möglich, kriegen. Ja, Vinyl. Die würde ich mir dann auch ins Regal stellen, neben Erstpressungen und natürlich neben meine Europa-LP von der ersten Folge der drei Fragezeichen. Ja, aber Rudi, möchtest du nochmal hier dieses Bild etwas analysieren? Ja. Ich halte es dann nochmal hier in die Kamera. Wir sehen von schräg oben auf den Innenraum eines klinisch wirkenden Gebäudes oder eines Raums. Am Rand erkennen wir zwei Kameras, wobei es auch Leuchtstrahler sein könnten. Im Mittelpunkt erkennen wir drei Gestalten. Eine davon ist durch ihr Detektiv-Outfit klar als Jonas zu identifizieren. Begleitet wird er, so wirkt es, von einem Mann mit Kopftuch und einer Frau mit einer Waffe in der rechten Hand. Sie stehen zu dritt dicht gedrängt vor einer Art Trichter oder einer Lüftungsanlage, einem Fleischwolf. Hm, warten wir erst mal ab. Hm, ja. Was fällt uns direkt auf, wenn wir dieses Cover mit der Folge selbst abgleichen? Also mir ist eine Sache sofort aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist, die auch dir aufgefallen ist. Und zwar Jonas im Detektiv-Outfit. Das passt ja überhaupt nicht zu dem, was in der Folge passiert. Weil der ist ja getarnt in dem Moment, wo er da in Costa Guana steht. Also ob er den Hut auch auf hat, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Dass er da in seinem normalen Jonas-Di-Look rumspringt, who knows. Aber das ist Kunst. Kunst darf das. Es sei denn, Thorsten, dass diese Gestalt, die er da imitiert, wir werden ja gleich erfahren, wer das ist, dass die zufällig auch so einen Detektiv-Trenchcoat-Look gefahren hat. Und er deswegen das Glück hatte, genau in diese Rolle, nein, ich glaube es nicht, du hast schon recht. Also hier geht, glaube ich, der Gestaltungswille schlägt hier die inhärente Erzähllogik der Folge 1 zu 0. Ansonsten hier so diese Plexiglas-Platte, auf der dann die Leute stehen und wo man runterschauen kann, das habe ich mir schon ziemlich so vorgestellt. Also das ist, glaube ich, doch durchaus der Folge entsprechend. Und da lassen wir dann einfach mal Kunst, Kunst sein und Hörspiel-Cover-GestalterInnen ihren gestalterischen Vorlieben auf einen Lauf. Steigen wir nun in die Folge ein. Alles beginnt wie eigentlich jedes gute Abenteuer in einem Restaurant. Alles Gute beginnt mit einem Essen. Also außer, dass es da fast nichts gibt. Warum? Weil das Restaurant ist nicht irgendeines, sondern es ist ein ganz nobler Schuppen in Babylon namens Escargot. Escargot, wie die Schnecken, die servieren da sich ja auch Schnecken. Und was zeichnet dieses Restaurant aus? Woran erkennt man sofort, das wird auch natürlich von Jonas dargestellt, warum es so teuer ist und so exklusiv und so exquisit? Es hat menschliche Kellner, menschliche Bedienstete. Offensichtlich sind Service-Roboter in der Restaurantindustrie der Standard. Wir erinnern uns vielleicht ja, in der vorletzten Folge bediente ja gegenüber dieses Wohnhaus, dieses großen Komplexes, hat er ja Sünd-Whiskey getrunken und er wurde immer von einem Roboter bedient an der Bar. Bei Rainer kennt man, das ist der Unterschied. Hier hat man es mit einem echten Oberkellner zu tun und dieser Oberkellner lässt Jonas auch direkt spüren, was er von ihm hält. Das ist so wie ein Wiener Kaffeehaus, ein Kellner, der gerne preußische Gäste hat in seinem Kaffeehaus. Das ist sehr schön, das passt sehr schön. Pass auf, Folgendes passiert. Also Jonas ist natürlich nicht ohne Grund da. Jonas wurde von dem bereits eingeführten Josef aka Pankreas kontaktiert. Die haben diesen Treffpunkt ausgemacht. Jonas ist ganz entzückt, weil er sich denkt, na gut, wenn es nichts wird, muss er vielleicht trotzdem noch nicht auf ein schönes Abendessen oder einen schönen Drink, einen echten Whisky verzichten. Der Jonas wartet dort mit Sam zusammen und Pankreas lässt sich aber ganz schön Zeit. Der Kellner wird immer dränglicher und möchte Jonas schon rauswerfen und sagt, wir brauchen diesen Tisch jetzt gleich. Also jetzt, jetzt, jetzt gehen sie doch endlich. Und gerade bevor er ihn rauswirft, kommt dann aber Josef aka Pankreas noch rein und erklärt Jonas, was er möchte. Nämlich, wie bereits erwähnt, er beauftragt ihn, bitte besorgen Sie mir eine Bauchspeicheldrüse. Man sollte vielleicht darüber reden, warum braucht er eine Bauchspeicheldrüse und warum muss er damit Jonas beauftragen? Gut, er hat Krebs und braucht eine neue Bauchspeicheldrüse, aber in Babylon ist das ja eigentlich geregelt. Da gibt es die Orga-List, auf der diese Transplantationen vermerkt werden und da kommt dann auch jeder dran. Was ist allerdings der Haken daran, Rudi? Der Haken ist die Reihenfolge der Liste. Und Herr Pankreas ist von Beruf Parapsychagoge, das wird nicht näher erklärt, aber gefällt mir sehr, spezialisiert auf Tarot, Eurasisch, Chinesisch, Kalifornisch, schönes Detail. Und hat dadurch aber einen sozialen Nützlichkeitsstand, das ist ja das Maß aller Dinge in Babylon, von 2,25. Und ich nehme mal an, dieser soziale Nützlichkeitsstand geht von 1 bis 10 oder von 0 bis 10 oder was auch immer. Also der ist so ein bisschen weit unten, ungefähr da, wo so ein Privatdetektiv wie Jonas rumkrebst. Also die Gesellschaft braucht die Parapsychagogen, selbst wenn sie den Tarot nach kalifornischer Weise legen können, nicht so besonders. Auf der anderen Seite ist Parapsychagoge sein sehr einträglich. Und deswegen hat der Mann Geld, das er auf dem Schwarzmarkt für eine Bauchspeicheldrüse hinlegen kann. Nur ist der liebe Julian Josef Pankreas kein Typ, der sich mal so auf dem Schwarzmarkt rumtreibt und braucht daher einen Menschen von, wie er sagt, Schlage eines Jonas. Ja, vermutlich ist dann so, unter dieser numerischen Einordnung, wahrscheinlich der Straßenmusiker ist dann wahrscheinlich bei einem Status von 1 oder so. Dass man sich das mal so vorstellen kann, wie nützlich in diesem, was weiß ich, postneofroidistischen, postneoteileristischem System, weiß man nicht genau. Aber man kann sich es zumindest so ansatzweise vorstellen. Ja, Jonas ist etwas, etwas skeptisch. Aber nachdem er sich so recht überlegt hat, naja, eigentlich mache ich ja hier nichts Illegales. Ich bin ja eigentlich in erster Linie nur eine Art Vermittler, Auftreiber, Finder und bringe hier zwei Parteien zusammen, die sich gesucht und gefunden haben. Und geht d'accord damit, mit diesem Auftrag? Nachdem er nochmal drüber nachgedacht hat, und das finde ich gut, das ist, das zeigt nämlich Figurenentwicklung. Ich habe mich ja beschwert, schon in den ersten drei Folgen, dass Jonas sich andauernd wieder über den Tisch ziehen lässt. Und andauernd irgendwie wieder eine Flasche über den Kopf kriegt und was auch immer. Er hat dazugelernt und das muss man ihm zugestehen. Denn erst denkt er darüber nach, soll ich diesen Auftrag annehmen? Denn es könnte ja sein, man will mich wieder übers Ohr hauen. Und erst nachdem er diesen Julian-Pankreas ein bisschen untersucht hat, indem er Sammy auf die Datenbanken losgelassen hat, nachdem er, das ist auch die schönste Detektiv-Film-Szene, rausgefunden hat, wer dieser Mensch denn ist. Nicht anhand von irgendwie so altmodischen Dingen wie den menschlichen Oberkellner-Bestechen, sondern er nimmt das Glas mit, aus dem der Herr Pankreas getrunken hat und lässt das DNA analysieren und abgleichen. Beziehungsweise mit Finger abdrücken und weiß dann, um wen es sich handelt. Das führt ihn dazu, diesen Auftrag anzunehmen. Und nach dieser Entscheidung, den Auftrag anzunehmen, befinden wir uns jetzt wieder in Jonas' Büro und natürlich mit seinem treuen Begleiter Sam. Aber jetzt geht es natürlich darum, ja, okay, also angenommen, check. Aber wie komme ich nun mit diesem Schwarzmarkt-Organ-HändlerInnen ins Gespräch? Da bewegt er sich ja offenkundig nicht jeden Tag, auch wenn er ein Schattengewächs-Babylons sein mag. Zum Glück hat er ja eine halb permanente, halb nicht permanente Beziehung zu Judith laufen. Wer sich noch erinnern kann, Judith arbeitet für die Stadtverwaltung, aber ist auch gerade auf dem Karrieresprung. Darf man nicht vergessen. Auch ihre Position verändert sich in der Stadtverwaltung gerade. Aber er kann ihr noch etwas entlocken und er bekommt einen Anlaufort genannt, wo er sich hinwenden kann. In Anführungszeichen hinwenden kann. Und trotzdem kommen hier wieder Clashen hier eigentlich wunderbar Privates und Berufliches aufeinander. Wir hatten ja schon mehrfach angesprochen, dass diese Beziehung eine etwas herausfordernde ist. Weil manchmal klingt es so, wenn Jonas mit Judith spricht, dass er sie anzapft und ein bisschen ausnutzt für Infos für seinen Job. Und hier ist Judith, die immer so ein bisschen kurze Leitung hat oder kurze Zündschnur. Hier ist sie dann, hier wird sie recht deutlich, ja. Also da muss der Jonas jetzt mal auch, wir haben uns hier im Skript notiert, Jonas reflektiert seine Beziehung. Und ich glaube, er weiß auch diesmal, dass er vielleicht ein bisschen zu weit gegangen ist. Und wenn er sie nicht verlieren möchte, weil er sie doch, wie man ja immer zwischendrin mitbekommt, ganz gern hat, dass er vielleicht an seinem Verhalten etwas ändern muss. Dass er nicht Judith eben nur für seine Fälle anzapft, sondern dass er vielleicht auch mal die Beziehung ernst nimmt. Also Jonas denkt mal drüber nach, wie seine Beziehung zu Judith aussieht und ob er nicht vielleicht etwas weniger sie dafür benutzen sollte, seine Karriere weiter zu verfolgen. Sondern vielleicht einfach mal darauf verzichten, sie andauernd nur anzuzapfen und ein guter Partner zu sein. Sei ein guter Partner. Fragen wir euch einfach mal, ihr da draußen, Publikum, seid ihr Jonas und Judith Schipper oder nicht? Keine Sorge, es gibt hier keine falschen oder richtigen Antworten. We don't judge, ja. Unser nächster Halt auf dieser spannenden Reise in dieser Folge ist dann eine Bar namens After Eight. Das ist natürlich nicht für den Minz-Schokolade-Freund unter uns unerheblich. Aber ich weiß mal nicht, ob das auch im Kopf hatte. Auf jeden Fall, diese Bar After Eight ist ein Hotspot und Treffpunkt angeblich für Organhändler und Händlerinnen. Und wir treffen dort auf mehrere Gestalten. Wir haben Jonas, der mit Sam unterwegs ist. Wir haben den Barkeeper. Wir haben aber auch dann, und jetzt kommen wir zum Let's Talk Business. Es gibt einen Barbesitzer namens Archimedes Gutterpercher. Das ist natürlich ein fantastischer Name. Also erstmal Archimedes ist großartig, aber Gutterpercher steht ja so ein Doppelname, der es in sich hat. Das ist einer von diesen sprechenden Kosa-Namen, die auch eine Kosa-Produktion abheben von anderen Hörspielen der Zeit oder vielleicht auch generell. Denn das, was das impliziert, Gutterpercher, da steckt schon einiges drin. Also Gutterpercher als eine Art kautschukartiges Material, das im 19. Jahrhundert mal eine quasi kolonialistische Umweltkrise ausgelöst hat, weil man Raubbau daran betrieben hat. Und da sind wir ja letztlich auch dran. Das ist ja letztlich auch eine von den Dingen, die hier angesprochen wird. Wenn wir da mal einen kurzen Flash-Forward machen können, die Nation in Mittelamerika, die mehr oder weniger ihre einzige Möglichkeit, Devisen zu beschaffen darin sieht, dass sie Organhandel betreibt. Kolonialismuskritik und auch aus der Sicht des Historikers Michael Koser, Gutterpercher als Material des 19. Jahrhunderts, das heute nicht mehr so viel verwendet wird. Aber, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, anscheinend in Zahnfüllungen, also wenn man eine Wurzelbehandlung kriegt und das aufgefüllt wird, da wird Gutterpercher aufgrund seiner Eigenschaften verwendet. Wusste ich nicht, finde ich interessant. Jonas belauscht, bevor er noch diesen Barbesitzer und Organhändler-Ring-Vorstand kennenlernen darf, da belauscht er schon ein Gespräch und das ist dann das erste große Aha-Erlebnis. Weil dieser Archimedes, der telefoniert mit einer gewissen Professorin Kaligari. Professor Kaligari. Und wer sich noch erinnert, das ist ja so, dass es in Babylon diese Schattenorganisation gibt, das Zentralinstitut für Populationsforschung, ZIP. Das immer wieder versucht mit allen kruden und mörderischen Methoden, sich des vorrangigsten, angeblich vorrangigsten Problems des überschnellen Bevölkerungswachstums, der Bevölkerungsexplosion, wie man auch häufiger liest oder gehört hat, anzunehmen. Und wenn man das nicht in den Griff kriegt, ordentlich, dann muss man eben zu extremen, radikalen, ausmerzerischen Methoden greifen. Wie das hier ineinander greift, werden wir dann im weiteren Verlauf der Folge noch sehen, warum das ZIP da irgendwie Interesse hat, in diesem Ring einzusteigen. Jonas nimmt das interessiert zur Kenntnis. Er wieder in seine Rolle schlüpft als Privatdirektiv, der ja nur einen Job zu erledigen hat. Er unterhält sich dann mit dem Barbesitzer in seinem Büro. Da sind auch noch zwei sehr einschüchternde Security-Schränke dabei vor Ort, die sehr gefährlich von Anfang an wahrscheinlich aussehen. Eigentlich sieht es am Anfang ganz gut aus. Es hätte alles gut gehen können, aber Jonas wäre nicht Jonas, wenn er es nicht schafft, irgendwie dann durch übertriebene Neugierde vielleicht doch die Skepsis und den Zorn des Archimedes auf sich zu ziehen. Für 3000 Euros, müsste man sagen, gell? Ich glaube, der Plural, den Sie benutzen, ist Euros mit S. Euros. Ich glaube, Euros. Für 3000. Das sollten wir auch anfangen. Sagt der Kollege Archimedes, kriegen wir hin, dieses Organ, das ist kein Problem. Aber weil der interessierte Jonas ein bisschen zu interessiert ist, sorgt Archimedes dafür, dass seine beiden Gorillas Jonas nochmal in die Mange nehmen und ihm so die Neugierde austreiben wollen und ihm ein bisschen einschenken und ein bisschen verprügeln. Aber Jonas ist natürlich ein taffer Typ, nimmt es zwar hin, wird geschlagen, aber ist ein Stehaufmännchen und bezeichnet das, was ihm da passiert als, das ist ein Betriebsunfall. Das gehört zu meinem Daily Business irgendwie dazu. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen vor- bzw. zwischengreifen, denn er hat ja zwei Unterhaltungen mit diesem Archimedes guter Percher. Und die erste ist die, in der er sich vorstellt und Professor Caligari quasi überhört und dann die Pankreas de facto ordert. Und guter Percher sagt, kommen sie später wieder, gibt es gerade nicht. Also Pankreas ist nicht da, ist aus. Pankreas ist aus. Und er kommuniziert Jonas, dass einige Tage später, also zwei Tage später ist es, glaube ich, dass die Pankreas jetzt doch da ist und dass er sich die abholen kann. Und Jonas fragt sich, was hat sich denn da verändert und findet heraus, dass ein Schiff eingetroffen ist, die El Presidente Tabasco, ein scharfes Schiff, Organsegler. Also auch schön die Idee, ja, wir können nicht weitermachen mit Schiffen, die alle Schweröl hier in die Luft pusten. Und 2009 gibt es computergesteuerte Segler, Frachtensegler. Und dieses Schiff taucht immer auf, einen Tag bevor es auf dem Schwarzmarkt an Organen wild wird. Also Jonas zählt eins und eins zusammen und versteht, aha, diese Organe werden angeliefert aus Costa Guana, wo dieses Schiff herkommt. Und in dem Moment, wo er jetzt diese Pankreas abholen will mit den 3000 Euro, die das Ganze kostet, die der Herr Pankreas denn auch zahlen will. Er holt es doch ab bei ihm an der Bar wieder. Und dann sagt er, bevor sie jetzt hier ergehen, da geben wir dir doch diesen Reminder mit. Neugierde, bringt die Katze um, pau, pau, peng, puff. Und die Herren, die Schränke, die du vorher erwähnt hast, die Security-Schränke, hören auf die schönen Namen Crap und Turd. Das ist ehrlich gesagt das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, als ich es jetzt wieder gehört habe, dass das, ja, eigentlich ziemlich billiger Fäkalhumor ist, der aber vielen nicht englisch sprechenden BR-HörerInnen in den 80er Jahren vermutlich nicht so aufgefallen ist. Crap und Turd. Ja, und ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, da eine Übersetzung ins Land zu stellen, denn das kann man durchaus sehr verschieden übersetzen. Gut. Je nachdem, welchen Level an Freigabe man haben will für seinen Podcast. Ja, stimmt. Gut. Er hat also Ziel 1 erreicht. Er hat das Organ bekommen, dieser Geschäft erst mal abgewickelt. Er hat dafür ein blaues Auge nicht nur riskiert, sondern auch bekommen. Aber okay, also Betriebsunfall, so sagt er. Wir sind dann wieder in Jonas' Büro. Julian oder auch Pankreas holt es persönlich ab. Und dann wäre der Fall eigentlich erledigt. Hier könnte die Episode zu Ende sein, wenn Jonas ein Langweiler wäre. Aber die Berufsehre einer Phil Marlow-Figur, die treibt ihn weiter. Die treibt ihn dazu, sich dafür zu interessieren. Also, da ist doch what's the bigger picture hinter all diesem Organ-Handel-Gedöns. Und ich habe nicht das Gefühl, dass Sam in der Hinsicht ihn unbedingt unterstützt. Also, eigentlich mahnt er ihn. Du, Jonas, du kannst doch jetzt auch die Finger davon lassen. Wir haben doch erstmal eigentlich alles. Aber Jonas hat da eine, weiß nicht, was packt denn da? Ein Idealismus-Moment? Die Berufsehre eben? Man weiß es nicht genau. Das ist dann nämlich schon ein ziemlich großer Wurf, den er wagt. Was will er da machen, Thorsten? Was packt ihn? Ja, Jonas sieht sich ja wirklich in der Nachfolge von Phil Marlow. Und wenn Phil Marlow mal an der Fährte dran ist, dann lässt er die auch nicht los. Auch wenn der Klient oder die Klientin sagt, nee, ist okay, haben wir alles fertig. Jonas merkt, da ist was faul. Und Jonas ist neugierig. Denn wenn etwas Jonas auszeichnet, dann ist es nicht seine extreme Klugheit oder seine extreme Fähigkeit, diversen bösen Henchmen von irgendwelchen Episodenbösewichten auszuweichen. Nein, das kann er ganz schlecht. Aber was er kann, ist neugierig sein. Und er möchte gerne wissen, was dahinter steckt und denkt sich, na gut, dann segeln wir mal nach Costa Guana. Und wenn da nichts ist, wenn ich da nichts finde, dann machen wir da einfach Urlaub. Also pragmatisch, idealistisch, ja, ein bisschen blauäugig ist er eben, unser Jonas. Ja, die Schwierigkeit, die es gibt, ist, wie komme ich jetzt da hin? Was brauche ich dafür? Kann ich da einfach einreisen? So einfach ist es dann eben nicht, sagt Sam. Jonas, du brauchst, wenn du da hin möchtest, brauchst du ein Visum. Genau, du brauchst ein Visum. Und Costa Guana, also dieser Staat, über den wir hier reden, wo er hin will, ist einer von den drei Staaten auf der Welt, in dem diese archaische Visumspflicht noch gilt. Aber es ist alles kein Problem. Außerdem, Jonas kann das Visum abholen im Konsulat von Costa Guana, das in Babelshafen ist und nicht direkt in Babylon. Also wir haben da so eine Situation wie Bremen, Bremerhaven, stelle ich mir das vor. Warum das Konsulat in Babelshafen ist, vermutlich, weil in dieser Zukunft von 2009 in der Jonas-Welt doch einiges über den Hafen abgeht. Also vielleicht verreisen Leute viel mehr per Schiff als in unserer Welt. Weil wenn die einzige Alternative, die auch genannt wird, die Chemorock ist, die in zwei Stunden von Südamerika nach Babylon fliegen kann, dann nehme ich an, dass die Schiffe wahrscheinlich da eine große Rolle haben. Also ein bisschen Seeromantik für Jonas. Er lässt sich durch die Röhre pusten. Also er steigt in die Druckluftpost ein. Denn in Babylon gibt es vielleicht auch ein Metrosystem, aber es gibt auch eine Röhrenpost, in der man sich dann auf einem Viertelquadratmeter Platz macht. Und sich durch Röhren schießen lässt, wie so viele Dokumente in einer Bank aus den 70er Jahren. Stimmt, es gibt ja auch herrliche Pläne und Zeichnungen für Großstädte wie New York. Gibt es ja auch Überlegungen und Pläne, wie man dieses pneumatische System als Option für hypercoolen urbanen Travel-Ansatz umsetzen könnte. Hat sich offensichtlich, hat man sich dagegen entschieden. Es wurde dann doch eine elektrobetriebene, elektrifizierte Metro, die in den 80er Jahren natürlich für viele Actionfilme ein beliebter Schauplatz war. Für Renegade jeder Sorte. Naja, auf jeden Fall, um nicht abzuschweifen, dort muss er also hin, um das Visum zu kriegen. Hier stellen wir dann aber fest, egal wo Jonas auftaucht, Babylon ist einfach gefährlich. Und Babelshafen offensichtlich auch, denn es heißt nur, na klar, dann kommen Sie doch mal mit, Sir. Gehen Sie in die zweite Tür von links. Nein, nein, nicht die gute Tür. Gehen Sie ruhig in diese andere Tür. Tür geht auf, Faust geht runter. Jonas wird wieder mal ausgenockt. Also Jonas ist im Konsulat. Der Mensch im Konsulat sagt, ja, aus technischen Gründen können wir das Visum nicht direkt ausstellen. Setzen Sie sich nochmal in den Wartesaal. Im Wartesaal wartet auch jemand und zwar ist das der gute Herr Guterpercher mit einem Laserstrahler und seine zwei Gehilfen Crab und Turd. Jonas kriegt einen auf die Rübe und ja, liegt da jetzt erstmal so rum. Ich glaube, als er erwacht, sind sie nicht mehr an Land. Also sie sind noch im Hafen, aber sie sind nicht mehr an Land, denn sie sind an Bord der Präsidente Tabasco, die im Hafen liegt. Jonas wartet auf, Sam ist dabei, der Archimedes und seine Security-Typen sind auch dabei. Und hier hat sich wahrscheinlich im Skript jemand gedacht, okay, jetzt hat er so viel eingesteckt, Jonas. Jetzt können wir ihn mal auch als jemand zeigen, der durchaus selber auch mit dem Boxen irgendwie gut umgehen kann. Hand-to-Hand-Combat, Jonas überwältigt jetzt also seine Gegner. Und dieses Überwältigen ist auch nötig, weil das eröffnet ihm eine Tür. Er weiß jetzt, wie er am besten in diesen Staat einreisen kann und hat sich nämlich überlegt, wie wäre es, wenn ich einfach die Identität dieses Archimedes Guterpercher annehme. Und jetzt ist es so, dass er da nicht auf schauspielerische Tricks vertraut, sondern Plastiface. Was ist denn Plastiface, bitte? Plastiface ist anscheinend der letzte Schrei in Babylon. Jonas hat eben noch den Laserstrahl besitzenden Archimedes Guterpercher niedergestreckt, denn er hat sich des Laserstrahlers bemächtigt. Turt und Crab fliehen. Die sind, wie er sagt, professionell genug, um zu sehen, dass sie da nicht weiterkommen. Und Guterpercher flieht auch. Jonas will ihn eigentlich am Knie treffen. Und weil Jonas einfach nicht so besonders gut ist mit Waffen, trifft er ihn ein bisschen höher. Guterpercher fällt um und ist tot. Das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen doof und für Jonas wieder mal moralisch kein so großes Problem. Da sind wir wieder bei unseren Film-Noir-Helden. Das passiert halt so im Leben eines Privatdetektivs. Er bemächtigt sich dessen Devisen und rollt ihn in den Hafen hinein. Da machen wir einen kleinen Pin rein, denn das wird noch wichtig werden. Chekhovs Hafenrolle wird nochmal auf uns zurückkommen. Aber jetzt liegt Jonas im Plastiface-Tank. Das Plastiface, also eine Technologie, um sich jegliches Gesicht zu eigen machen zu können. Und anscheinend geht das irgendwie mit Auftragung über irgendwelche Flüssigkeiten in irgendwie so einen Tank. Ich stelle mir das wie so einen Entspannungstank vor, in dem er dann drin sitzt. Und kommt dann raus und sieht aus wie Archimedes guter Pärcher. Eine kleine Fußnote, das fand ich auch ganz schön in der Schilderung. Es macht Babels Hafen gleich noch ein weniger lebendig. Jonas kommt auch an dem letzten Tattoo. Heute ist der Stadt wohl vorbei, der dort sein Geschäft noch hat. Und noch eine kleine witzige Schose ist es, dass die Plastiface-Angestellte im OP-Zentrum ihn fragt. Sind sie sicher, dass sie ihr Gesicht austauschen wollen? Also es spricht ja eigentlich für Jonas doch durch Adrettes Äußeres, das sie hier anspricht. Er überlegt sich doch bitte ganz gut. Willst du wirklich aussehen wie der? Du hast doch ein ganz passables Gesicht. Aber natürlich geht der Job über sowas drüber. Und dann genau, dann ist er praktisch Rollentausch. Er ist jetzt Archimedes guter Pärcher und kann die Reise antreten. Nächster Halt, Ankunft El Dorado. Nicht das Brettspiel in Klammern. El Dorado, die Hauptstadt und einzige Stadt des Staates Costa Guana. Wir müssen mal kurz drüber reden, was Costa Guana ist. Rudi, wie wird das denn beschrieben? Wo ist denn dieses Costa Guana? Costa Guana ist das, was man in den 80er Jahren und auch später als den Hinterhof der Vereinigten Staaten bezeichnet hat. Irgend so ein Fleck in diesem Hinterhof, in dem lateinamerikanischen. Du hast ja schon bereits angesprochen, diese kolonialistische Komponente, die da sofort mitschwingt. Es ist ein Ort, der jahrelang ausgebeutet wurde, der sich auch selbst natürlich zunehmend ausbeutet. Ein Ort von Ungleichheit, ein Ort von wirtschaftlichem Mangel, von schmierigen Geschäftemachern, bei denen nie ganz klar ist, Rebellen, Staatslenker, Militär, Paramilitärs. Wer ist gerade der mächtigere im Staat? Wer setzt sich durch? Natürlich auf jeden Fall ein Ort, an dem viele auch, sagen wir mal, Amerikanistik-Diskurse durchdekliniert werden können. Abgesehen von dem Namen an sich ja der sagenhaften Goldstadt, die irgendwo bei, an, unter, auf Peru zu finden sein soll. Und die auch damals schon Conquistadores in ihrem Goldrausch vollkommen crazy und loko gemacht hat. Da kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Nur eine Sache, denn Costa Guana ist der Name aus einem Roman von Joseph Conrad namens Nostromo von 1904. Und dieses Costa Guana ist ein Stand-in für Kolumbien. Also Costa Guana ist nicht nur irgendein Name, den sich jetzt Cosa aus den Socken gezogen hat, sondern da steht er in einer Linie mit anderen popkulturellen Erzeugnissen, die sich ebenfalls dieses Namens aus diesem Joseph Conrad Roman bemächtigt haben. Und wenn man an Joseph Conrad denkt und wenn man dann an den Kongo denkt und an das Herz der Finsternis, da nimmt er natürlich dann auch seine Kolonialismuskritik her. Also Cosa ist sich, glaube ich, sehr bewusst, was er da macht, indem er diesen Namen aus dem Conrad Roman verwendet. Stark. Sehr gut. Ja, das wusste ich nicht. Das ist super. Dieser clevere Fuchs. Ja, jetzt beginnt eigentlich das. Eigentlich ist es recht, ich wollte fast das Wort realistisch benutzen, aber jetzt passiert etwas, was man eigentlich denken kann, was passiert. Nämlich das Gesicht alleine ist sozusagen zwar die Hälfte der Miete, aber zu dem Gesicht muss natürlich auch der Wissensbestand eigentlich auch passen, die die Figur Achimedes ja auch hat. Und da das hier nicht die Deckungsmenge, also die Deckungsgleichheit passiert nicht, das wird Jonas zum Verhängnis, aber eins nach dem anderen. Also zum nächsten Mal funktioniert seine Scharade ja ganz gut. Er wird abgeholt, persönliche Eskorte. Offensichtlich erfährt er dadurch auch, wie mit ihm umgegangen wird. Daraus leitet er natürlich als, sagen wir mal, Halb-Empath und Menschenkenner so ein bisschen Cold-Reading-mäßig ab, was für ein Standing eigentlich dieser Pärcher in dieser Welt gehabt haben muss. Und er bekommt das Bild vermittelt, dass der Typ ein globaler Organhändler war oder zumindest ein sehr einflussreicher oder ein Kontaktmann, auf jeden Fall ein bedeutsamer, ein wichtiger, dass jetzt das Treffen mit den Hintermännern eigentlich ansteht. Und da muss man sich mal in die Lage von Jonas hineinversetzen. Da flattert einem natürlich schon, das muss einem jeden das Herz flattern, weil jetzt kann ja praktisch alles passieren. Ja, jetzt ist er sozusagen wirklich Herranova. Eine falsche Bemerkung, ein falscher Schritt, eine falsche Geste, alles kann ihn potenziell enttarnen. Und er tut sich, er tut sich schon nicht so ganz leicht. Also das erste Mal stolpert er schon im Hotelzimmer, weil er nicht so genau weiß, was denn der Guter Pärcher schon so getrieben hat in Costa Guana. Ja, er stolpert darüber, dass er nicht so ganz aussieht wie Guter Pärcher, weil er um einiges dünner ist. Das wird ihm erstmal nochmal abgenommen. Also da sagt dann der, dass sich der Diktator, also Präsident ohne Parlament dieses Staates, sagt dann, ah ja, das ist, das ist der Stress. Ja, sie haben abgenommen. Guter Pärcher, verstehe ich. Aber Jonas lässt sich dann La Installation zeigen und gibt sich die Blöße, dass in dem Moment, wo ihn der Diktator von Costa Guana, der sich gerne einfach nur Fred nennen lässt, dann fragt, ja, Guter Pärcher, waren Sie nicht schon mal hier? Und Jonas sagt, nein, da habe ich alles noch nicht gesehen. Und da gehen natürlich dann die Alarmglocken los. Aber man hält sich noch bedeckt. Und in dem Moment, in dem Fred erfährt, dass Archimedes Guter Pärcher in Babelshafen aus dem Wasser gefischt wurde, wo er bei denselbigen geschlafen hat, also dezidiert nicht mehr am Leben ist, da zählt er dann auch zwei und zwei zusammen und merkt, dass Jonas eben nicht Guter Pärcher ist. Und in dem Moment, wo Jonas eben gesagt hat, ja, er hat die Installation noch gar nicht gesehen, sagt dann der Fred auch, ja, ne, es stimmt gar nicht, weil der echte Guter Pärcher, der war schon ein paar Mal hier. Also, da bin ich nicht so ganz mitgekommen. Ich meine, das ist so ein typische, klassische, hat man, glaube ich, in jeder Vorabendserie schon mal gesehen, Falle, in die man tappt, wenn man sich als jemand anders ausgibt. Ja, aber der echte Archimedes Guter Pärcher war ja schon mehrmals hier. Allerdings kommt es mir so ein bisschen, ein bisschen komisch vor, wie das da erzählt ist in dieser Folge. Warum bietet man diesem Archimedes Guter Pärcher eine Führung von La Installation an, wenn er ja eh schon ein paar Mal da war? Also bin ich jetzt, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber vielleicht war das auch nur ein Trick von Fred, Diktator Fred. Diktator, sind Diktatoren weniger bedrohlich, wenn sie Fred heißen? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon ein Bond-Moment, wenn der vor Selbstsicherheit und Grandeur überzeugte Verbrechersyndikats, wobei man ist es ja, es ist eigentlich kein Verbrecher. Der begreift sich in erster Linie als Geschäftsmann nämlich an und gleichzeitig als jemand, das kommt jetzt darauf an, nach dem Selbstverständnis, nach der Lesart auch. Es kann ja sein, dass der wirklich dieses Geschäftsmodell, nämlich die systematische Aufzucht von Menschen als Organ, als Ersatzteillager, soll man hier auch den globalen Norden als Begriff einführen? Oder damals sagte man ja die erste Welt, macht man ja heute nur noch, verschämt in Anführungszeichen von auf einer dritten Welt zu sprechen. Wenn das so weit in dem Selbstbewusstsein Freds verankert ist, dass er damit im Grunde ein guter Staatslenker ist sozusagen, dass das eben ein vollkommen legitimes wirtschaftliches Wachstumsmodell ist, das eben zufällig happens to be Körper statt Autos, statt Bananen, statt Rohöl und so weiter und so weiter. Darüber spricht er ja auch. Er sagt, wir haben nichts anderes mehr, aber das haben wir und damit können wir handeln. Wir haben nämlich nicht mal mehr den Grund und Boden unseres Staates, denn die gesamten Bananenplantagen gehören einer amerikanischen Firma. Und das ist natürlich ganz klarer Verweis auf United Fruit und was eben die Amerikaner in der Mitte des 20. Jahrhunderts in Lateinamerika und in Mittelamerika angerichtet haben. Also da gibt es ja einige durchaus höchst problematische Eingriffe seitens der USA in diese Staaten, die da verächtlich als Bananenrepubliken beschimpft werden. Man muss auch sagen, weil der Begriff eben der Bananenrepublik ja ein sehr problematischer Begriff, ich würde nicht sagen umstritten, sondern problematischer Begriff ist, weil er eben so einen Diskurs aufmacht, in dem diese mittelamerikanischen, südamerikanischen Länder alle so ein bisschen minder entwickelt sind und die Leute, die da leben, die können alle irgendwie sich selbst nicht regieren und die Amerikaner müssen eingreifen. Was wir auch haben, ist eben diese Körper als Ressource, sind so Diskussionen aus den 1960er, 1970er Jahren, die auf die Überbevölkerung hindeuten. Also das ist natürlich im Hintergrund, immer wenn ZIP reinkommt, geht es um die Überbevölkerung. Da haben wir eigentlich im allerersten Fall schon mal drüber geredet, Population Bomb und diese ganzen Dinge. Aber der Diktator, Diktator Fred, erwähnt auch, ja, unsere Bürgerinnen und Bürger, also wir haben ja 23 Millionen Einwohner, das sagt er nicht, das findet Jonas raus. Und die vermehren sich lustig und alles, was wir da machen müssen, ist quasi die Abzugreifen da. Also diese nicht weißen Menschen in einem Kolonialstaat, alles was die machen, ist sich vermehren und viel zu viele Kinder haben. Das ist auch so eine extrem problematische Trope, die eben aus diesen Debatten kommt. Und man muss Kose zugutehalten, dass in dieser Episode relativ wenig von den eigentlich typischen Fallen, in die man immer tappt, wenn man ein weißer Mann ist in den 1980er Jahren und über eine Welt schreibt, zu der man eigentlich nicht so ganz gehört. Er tappt in relativ wenige von diesen rassistischen Senftöpfen, aber da tappt er dann doch rein. Rassistische Senftöpfe, ist das eine Formulierung, die trägt? Was zum Aufstecken auf ein Kissen. Ja, genau, das stimmt. Also dieser Körper als Kapital, das ist sozusagen die Potenzierung von der Überlegung, dass im Gegensatz zu einer geistigen Arbeit auch der Körper als einzige Ressource übrig bleibt, mit der man zum Beispiel auf Plantagen arbeitet. Das Ergebnis dieser Arbeit aber in teurer Form in einem exportiert wird, aber letzten Endes die arbeitende Kraft davon hat. Und jetzt, wenn man das sozusagen potenziert und fortführt im Kopf, dann ist der Körper hier plötzlich das Kapital selbst. Der ist nämlich selbst zur Ware geworden. Jetzt ohne auf hier Modifizierungsdiskurse zu eingehen zu wollen, aber das ist also, ich glaube, das wird recht deutlich, was hier passiert. Und spätestens seit man diese typischen Matrix-Bilder im Kopf hat, wie Leute aus ihren Tanks rausgeholt werden, so kann man sich so ein bisschen auch, glaube ich, vorstellen. In meiner Vorstellungswelt zumindest, so schauen diese Tanks auch so ein bisschen aus, bevor sie da wirklich gemolken und zerteilt und eben, ja, geschlachtet werden. Der Titel heißt ja auch Schlachthaus. Ja, Schlachthaus, genau. Aus diesem Grund, ja. Hier geht es um das, ja, also bei aller Hygiene und sauberen Fabrik-Look, es ist wirklich ein höchst professioneller Schlachterbetrieb. Und hier ist dann so ein bisschen auch der Action-Höhepunkt dieser Folge zu sehen, denn der aufgeflogene Jonas soll dort natürlich auch im Endeffekt sein Ende finden in diesem Schlachthaus. Aber dann... Jonas hat andere Ideen. Genau. Dreht er das Spiel um. Eine Sache, die man eben in Verbindung mit dieser, na, der Körper als Kapital einfach nochmal erwähnen muss, ist, wie sehr das Ganze eine Sklaverei-Parallele einfach ist. Und das ist, denke ich, auch nicht unabsichtlich. Kosa kennt sich im 19. Jahrhundert hauptsächlich aus und weiß auch einiges eben über Kolonialismus. Und, ne, dass man quasi eine Ökonomie darauf ausrichtet, dass Menschen sich dabei aufreiben, also die quasi umkommen, die quasi Menschenmaterial sind, dass, wenn es verbraucht ist, wieder neu nachgefüllt werden kann. Das ist auch eine ganz klare Parallele dort. Aber wir wollen ja zum 80er-Jahre-Action-Helden Jonas übergehen. Rudi, was macht er denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wie ist das nochmal? Also, die sind, die befinden sich dann so wirklich, also wirklich maximaler Bond-Moment. Die befinden sich und jetzt, wenn man das aufgreifen, jetzt erklärt sich nämlich auch dieses Cover, die wir gesehen haben. Weil wir sehen dann, dass links, das muss Fred sein, in der Mitte Jonas. Und rechts ist die Vertrauens... Elena. Elena heißt sie, genau. Und sie ist die rechte Hand des Diktatoren Fred oder des Geschäftsmannes Fred. Ja, Jonas merkt, dass er enttarnt ist und hat keinen Laserstrahler, denn Elena hat den Laserstrahler. Aber Jonas wurde vorher noch gezeigt, bevor er enttarnt wurde, der Mechanismus, wie die Menschen... Vielleicht muss man das einfach mal beschreiben. Wir haben das, glaube ich, noch nicht gemacht. Vielleicht sollten wir das nochmal machen. Wenn wir diese Installation anschauen, dann sind da Menschen unter einer Plexiglasscheibe eingepfercht und werden gefüttert und werden de facto als Schlachtvieh vorgehalten. Eben genauso, wie man es mit Kühen oder mit Schweinen in Aufzuchtbetrieben macht. Und das ist extrem dehumanisierend. Und das Ganze wird aber sehr eben high-tech betrieben. Und so stehen Jonas und die beiden anderen auf einer dicken Plexiglasscheibe über eben diesen kleinen Zellen, in denen die Menschen, also die Population von Costa Guana gehalten wird, die mit Opiaten sediert ist und nur essen muss und dann irgendwann geschlachtet wird. In dem Moment, wo Fred noch denkt, Jonas wäre guter Percher, erklärt er ihm, wie die Fütterung funktioniert. Denn die hat er gerade verpasst und das findet er ganz schlecht, der Fred, denn er hätte gerne Jonas, also guter Percher, das gezeigt. Und sagt dann, ja, wenn sie da den Hebel umstellen, dann geht eine Klappe auf und dann kriegen die alle ihr Futter. Jetzt sind wir angelangt in dem Moment, wo Jonas enttarnt ist und wieder mal in einen Laserstrahler stiert. Das passiert ihm häufig und er ist aber geistesgegenwärtig. Er sagt, er hat einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber es ist der Plan, den er hat. Und wirft also diesen Hebel um, gerade in dem Moment, als die Elena und der Fred, der Diktator, das klingt jetzt irgendwie so, als wären das zwei nette Menschen, die irgendwie mal zum Videospielen vorbeigekommen sind. Nein, der Diktator und seine oberste Security-Frau, als die gerade eben auf der Klappe stehen. Das ist auch ein schöner James-Bond-Moment. Und wirft den Hebel um und dann landen die im Futtertrog und sind erst mal ausgenockt, was sich dann Jonas zunutze macht. Und schmeißt die beiden einfach in zwei von den Compartments, in denen sie selbst eben die Leute eingepfercht hatten, die sie zum Schlachten freigeben. Und sperrt sie da quasi ein. Und jetzt sind die beiden auch sediert und sind auch angeschlossen an die Schläuche, die da reinreichen und sind de facto jetzt auch zum Schlachtvieh verdammt. Das scheint mir eine wirklich, also der TÜV Rheinland-Pfalz hätte das niemals abgenommen, diese Fabrik, mit diesem weltsamen Hebelmechanismus da oben. Der TÜV Rheinland-Pfalz hätte wahrscheinlich auch den James-Bond-Fahrstuhl, bei dem es ins Haibecken geht, nicht abgenommen. Ja gut, okay. Also ja, Jonas dann jetzt unterwegs, schaut, dass er da rauskommt, flieht also. Immer jetzt Wettlauf gegen die Zeit, kommt er schnell genug aus dem Land raus, denn er weiß zwar, die beiden sind gerade, wie du beschrieben hast, eben jetzt temporär außer Gefecht gesetzt. Aber vielleicht wissen ja der Rest der Security-Mannschaft, die wissen ja vielleicht Bescheid. Auf jeden Fall, jetzt geht's ab. Er sagt quasi, Sammy, er soll ihm zehn Minuten geben, um aus diesem Komplex zu entkommen und dann geht die Security-Wand runter. Das muss man sich, glaube ich, so vorstellen wie so ein Energiefeld in der Star Trek-Episode, also wo man dann so anfasst und dann bristelt. Und kommt fast raus, begegnet dann noch einem Security-Menschen am Ausgang, der ihn nach seinem Sonderausweis fragt. Jonas sagt, ich habe keinen Sonderausweis, ich will da nur raus, guter Mann, bin doch guter Pärcher. Das überzeugt den guten Security-Menschen nicht. Jonas ist aber Jonas und überwältigt ihn dann auch und schafft es im letzten Moment, als Sammy am Countdown Zero erreicht, eben noch vor diese Barriere und die anderen sind jetzt da drin. Ach, das war aber nun wirklich spannend. Jetzt kann man nur noch eins tun, ganz genüsslich das Land zu verlassen. Und hier gönnt er sich, wie man im Jugendsprech sagt. Jonas gönnt sich. Und zwar Traveling mit der Edelreisevariante, habe ich ein Skript geschrieben, nämlich eine Rakete. Chemorock mit dem eigentlich lahmsten Soundeffekt, weil es ist, glaube ich, einfach nur ein Raketenstart, der irgendwo aufgenommen wurde. Und warum kann er sich die Chemorock leisten? Weil er hat natürlich den Diktator Fred auch seine gesammelten Pesos abgenommen und kann jetzt genug Leute bestechen, um rauszukommen aus dem Land und um sich das Ticket zu leisten. In dieser Folge ist Jonas eigentlich auch ein exzellenter Taschendieb. Ja, allerdings nur bei Leuten, die sich nicht mehr wehren können. Ja, stimmt. Und okay, also dieser Abflug gelingt. In der nächsten Szene, die auch dann praktisch den Abschluss bildet, der Folge, sind wir wieder in Jonas' Büro. Und hier ist jetzt nicht nur ein Anzeichen dafür, dass die Flucht eben gelungen ist, sondern hier wird auch gezeigt, dass der Plan, der ZIP-Plan, wie der sich eben auflöst, weil die sozusagen nochmal eine finstere Ebene extra, ein extra Layer in der Erzählung einführen. Es kommt nämlich raus, dass Kollege Pankreas mit seiner Pankreas nicht glücklich wurde, sondern wie viele andere auch aus diesem Organhandel, zwar irgendwie über Schwarzmarkt, zwar dieses Organ bekommen haben, aber dann relativ schnell ihr Körper, ihr Körper das abgestoßen hat, das Organ, und dass die gestorben sind. Ja, und jetzt ist es zwar rein rechnerisch, kann ich zwar mir nicht vorstellen, dass sich diese Rechnung lohnt für ZIP, weil es mag zwar den ein oder anderen Schwarzorganbeziehenden geben, aber ob das so viele sind, weiß ich es nun auch nicht, auf jeden Fall. ZIP steckt dahinter, diese Organe versagen, sozusagen systematisch versagen die sogar, und durch Zufall erreicht dann eben, ich weiß gar nicht, Sam erreicht dann nur noch den persönlichen Computer, Pankreas, Genitiv, Apostroph, und findet so, glaube ich, über den Tod ist auch, über den Tod überhaupt erst heraus. Genau, und da bin ich komplett bei dir, das ist ein ziemlich komplizierter Plan, um nicht viel zu erreichen für ZIP, muss man ehrlich sagen. Also wie viele Transplantationen gibt es? So viele sind es nicht. Wie viele davon sind über Schwarzmarktorgane organisiert? So viele sind es nicht. Und dann liegt die Todesrate bei den Schwarzmarktorganen, die unverträglich sind, nur bei 187 Prozent über der der normalen Organtransplantation. Klar kann ZIP vielleicht jetzt nicht alle dran sterben lassen, das wäre auffällig, aber ich weiß es ehrlich nicht, ob sich das lohnt. Also wenn ich jemand wäre, der möglichst viele Leute beseitigen will von Seiten von ZIP, das scheint mir ein ziemlich dummer Plan zu sein, denn viel wird er nicht bringen. Und man lässt die Leute in Costa Guana sowieso machen, was sie wollen, die schlachten ihre Leute ab. Aber in anderen Ländern, in anderen Weltbereichen sterben ja dann nicht noch mehr Leute da, weil da kein ZIP ist, um diese Organe zu vergiften. Ich muss sagen, ZIP kommt mir immer mehr so vor wie eine sehr reale Verschwörung. Also keine Verschwörungstheorie, sondern eine sehr reale Verschwörung von Leuten, die vielleicht ein bisschen zu gebildet sind und ein bisschen zu eingebildet sind und keine besonders klugen Pläne haben, um das zu erreichen, was sie machen wollen. Sie wollen ganz schreckliche Dinge tun, sie wollen die Menschheit dezimieren, aber sie gehen da irgendwie so ein bisschen ran wie Pinky und der Brain, wenn sie die Weltherrschaft übernehmen wollen. Also sie haben extrem komplizierte Pläne, die letztlich nicht so wahnsinnig viel bringen. Und einer involviert, glaube ich, auch die schwedische Supergruppe Barb. Alles bleibt beim Alten, aber... Bleibt alles Alten bei... Richtig. Dann ist es Zeit für unsere Bewertung dieser Episode und ich darf mal beginnen. Ich habe mir folgenden schönen Satz notiert. Diese Folge gefällt mir von den bisher Gehörten am besten. Er schildert die konsequente Fort- und Weiterentwicklung eines Hyper- und Raubtierkapitalismus und die Unfähigkeit des moralisch geschockten Individuums, darauf im großen Stil, also nachhaltig zu reagieren. Ich gebe folglich volle fünf Flaschen Büro-Whisky. Ich bin bei dieser Folge gespalten, denn ich muss zugeben, sie hat mich als Kind traumatisiert. Nein. Andererseits hat sie mich auch dazu gebracht, Jonas auf dem Schirm zu haben und jetzt sitzen wir hier und reden drüber. Kosa gelingt hier unter klarem Einfluss von Rainer Erlers Kultklassiker Fleisch von 1979, wer das noch nicht gesehen hat, mit Herbert Herrmann, der eigentlich aussieht, als gehört er in das New Hollywood der 70er Jahre und nicht in eine deutsche TV-Produktion und der immer großartigen Jutta Speidel. Kosa gelingt eine bitterböse Kritik an Kolonialismus und Kapitalismus. Von mir gibt es daher trotz einiger Ungereimtheiten bzw. Dinge, die mir nicht so ganz passen an der Folge, weil es sind eigentlich keine Ungereimtheiten. Ich glaube, Jonas, dass er dann und wann mal einfach die Motivation hat, da weiter nachzuschauen, auch wenn das irgendwie seine letzten Euros kostet und man dann einfach mal nach Costa Guana fliegt. So ganz motiviert fand ich es nicht. Von mir gibt es immer noch leicht paranoid unters Bett schauend, ob mich da jemand entführen will und in eine Plexiglas bewährte Organfarm stecken will. Vier von fünf Flaschen Büro Whisky. Dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, wir gehen mit etwas Restschwung und Restbüro Whisky ins Outro. Wenn auch ihr uns als letzte Detektive nicht nur in schmutzigen Fleischereifachbetrieben zusehen, sondern weiterhin als biederbrav bürgerliche Podcaster with a twist erleben wollt, dann empfehlt uns doch über die diversen sozialen Medien. Abonniert uns bei YouTube und beim Podcatcher eurer Wahl und besucht unsere Website www.die-letzten-detektive.de Schreibt uns Feedback an sam at die-letzten-detektive.de Schaut vorbei bei Instagram, dort als at die-letzten-detektive und auf Twitter Letzte-Detektive, sie haben ihr Ziel erreicht. Sammy, klapp das Bett raus. Das war Schlachthaus, eine Folge des Podcasts Die Letzten Detektive mit Rudolf Inderst und Thorsten Katke. Eine Produktion aus dem Jahre 2021. Redaktion Rudolf Inderst und Thorsten Katke. 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 Vielen Dank.